Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 1057 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Wir zeigen euch, dass wir nicht zu alt zum Tanzen sind. Wir zeigen euch, dass wir nicht zu alt zum Tanzen sind. Wir zeigen euch, dass wir nicht zu alt zum Tanzen sind. Ich habe alle Einkäufe erledigt und bin in 30 Minuten zu Hause. Ich will nicht ständig fotografiert werden. Ich mag das nicht. Ich will nicht ständig fotografiert werden. Ich mag das nicht. Ich will nicht ständig fotografiert werden. Ich mag das nicht. Es motiviert mich, mit anderen zusammenzulaufen. Es motiviert mich, mit anderen zusammenzulaufen. Dadurch kann ich meine Leistung steigern. Es motiviert mich, mit anderen zusammenzulaufen. Dadurch kann ich meine Leistung steigern. Sollen wir uns um 16 Uhr bei dir treffen? Dann haben wir drei Stunden Zeit zum Üben. Sollen wir uns um 16 Uhr bei dir treffen? Dann haben wir drei Stunden Zeit zum Üben. Wie bist du zu diesem Ergebnis gekommen? Kannst du mir deinen Rechenweg zeigen? Uns ist keine Steigung zu schwer. Wir trainieren oft und lange. Es ist so schön, dass wir beide das Examen bestanden haben. Jetzt steht uns die Welt offen. Es ist so schön, dass wir beide das Examen bestanden haben. Jetzt steht uns die Welt offen. Es ist so schön, dass wir beide das Examen bestanden haben. Jetzt steht uns die Welt offen. Der Geschäftsführer ist heute nicht im Büro. Kann ich weiterhelfen? Der Geschäftsführer ist heute nicht im Büro. Kann ich weiterhelfen? Der Geschäftsführer ist heute nicht im Büro. Kann ich weiterhelfen? Beim Schwimmen wirkt der Körper schwerelos. Das schont Knorpel und Knochen und trainiert nahezu jeden Muskel. Beim Schwimmen wirkt der Körper schwerelos. Das schont Knorpel und Knochen und trainiert nahezu jeden Muskel. Beim Schwimmen wirkt der Körper schwerelos. Das schont Knorpel und Knochen und trainiert nahezu jeden Muskel. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Bitte schneiden Sie mir die Haare so kurz wie immer. Auch der Bart muss getrimmt werden. Bitte schneiden Sie mir die Haare so kurz wie immer. Bitte schneiden Sie mir die Haare so kurz wie immer. Auch der Bart muss getrimmt werden. Es ist so schwierig. Ich weiß nicht, wie ich diese Aufgabe lösen soll. Kannst du mir helfen? Wenn jemand ein Problem hat, dann lade ich ihn zu mir ein und wir reden darüber. Ich bin nicht so begeistert davon, dass die Schule wieder anfängt. Ich bin nicht so begeistert davon, dass die Schule wieder anfängt. Ich stehe nicht gerne so früh auf. Ich bin nicht so begeistert davon, dass die Schule wieder anfängt. Ich stehe nicht gerne so früh auf. Die großen Wohnungen haben Südbalkone. Die großen Wohnungen haben Südbalkone. Versuche, so hoch wie möglich zu springen. Versuche, so hoch wie möglich zu springen. Ich bin neu in der Klasse. Auf welchen Platz kann ich mich setzen? Ich bin neu in der Klasse. Auf welchen Platz kann ich mich setzen? Gurkenwasser hat einen angenehmen Geschmack, ist erfrischend und lässt sich schnell und einfach zubereiten. Gurkenwasser hat einen angenehmen Geschmack und lässt sich schnell und einfach zubereiten. Das Wochenende haben wir zusammen auf dem Boot von Susannes Eltern verbracht. Das Wochenende haben wir zusammen auf dem Boot von Susannes Eltern verbracht. Ich konnte heute Morgen kein Teesieb finden. Deshalb habe ich Kaffee getrunken. Ich konnte heute Morgen kein Teesieb finden. Deshalb habe ich Kaffee getrunken. Mit meinem neuen E-Book-Reader kann ich auch bei Sonnenlicht ohne Probleme lesen. Mit meinem neuen E-Book-Reader kann ich auch bei Sonnenlicht ohne Probleme lesen. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Und gib uns bitte ein Like. Auf Wiedersehen! die wir in den Kaffee, die wir einfach nicht mehr in der Kaffee, die wir in der Kaffee vornehmen. Vielen Dank.